hallo jetzt willkommen zu einer neuen folge mit den zwei verrückten hallo 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 stefan ist verrückt was er ist verrückt mit sich hallo ich bin stefan ich bin verrückt ja stefan frisst auch gerne stefan möchtest du noch mal irgendwie stellung nehmen zu der folge wo du gerostet wurdest der spielmodus war neu für mich von teammates wahrscheinlich ja und das erste mal wo ich angerostet wurde habe ich dann beim zweiten mal wo ich da nicht gecheckt habe sie mitzunehmen ich habe das nicht gecheckt weil du mich da gerostet hast es war so ach sattig wo ist immer so das ist schon ja das das bringt einen so aus dem konzept und du versaut es ein meine stellung ist sattig versaut es ein oh man ich hasse das keine wappen im haus hier ein bisschen gedamaged und jetzt auch ein bisschen lower jetzt ich komme gar nicht in shooter rein was das denn für ein game hier ich bin nicht mehr gezogen hast du nur animal crossing gespielt oder was nein nein im haus oben noch einen auf dem balkon ganz oben ist einer im oberen stockwerk war der hast du ihn nice ja alle tot alle drei ich weiß nicht ob hier noch ein anderes team ist das also auf vorsicht ich weiß nicht wie viele hier gejobbt sind kann auch sein dass wir mehr sind die mann du musst wach werden ich bin doch wache jetzt wach jetzt wach jetzt auf fetten energy ja da nur product placement wach doch auf die spritze halten von bill gates chips mach auf wake up was ist das da oben dieses rote ach das sind die teams ne wahrscheinlich stimmt das sind die teams das hat sich ein bisschen ja das habe ich auch noch nicht gesehen ich habe ja auch ein paar tage nicht spielt du legst aber daily hoch sag mal bist du ein fake youtuber weil ich meine woche vor aufnehmen das ist tag aktuell natürlich natürlich warum sollte das auch nicht so sein ja ich meine es ist ja auch so dass man nur pro tag eine gute folge machen kann das ist ja nicht so dass man auch mal weiter an unterschiede schafft das ist doch normal ich meine was see the difference die sehen doch voll gleich aus oder oh nein die leiche ist weg och fuck och man ach so hast du das noch gesehen och man ja hier so och nö die hatte die gleichen sachen an war auch so ja man sieht es ja wenn man in die sachen reinguckst dass der auch die sachen hat okay voll bitter ja aber ich dachte erst so hä willst du mich was also hä was ich wollte gerade so einen moment schaffen ja und der moment den du geschaffen hast war einfach nur weird nice perfekt was wollte der hier ist der erste hilfe kasten oh das er ist ein medikator ich komme gerade nicht auf spiegler toll aber seitdem ich übung bei dir genommen habe ne ja in den lernkurse die haben mich richtig hoch gepusht ja aber nachkommen ich kann jetzt leute draußen sagen alle ich bin krass im pubg fick dich wer bist du ja wenn ihr das sehen wollt dann guckt dann immer in die was was wenn ich du wäre ähm was wenn wenn ich du wäre was wenn wenn ich du wäre was wäre wenn ne wenn ich wenn ich du wäre ich sag das immer falsch ich wäre du was ist das denn das für ein geräusch ein auto ja was für ein auto junge tesla ein anderes auto ich kenn das nicht warte mal das ist ein sima 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 die mal ja sieh mal an meinem finger die mal ha ha du bist so witzig auch doch nicht das ist voll angenehm zu fahren das ist voll wenig wir also wenig loot und so ist auch ne kaffe oh ja die nehm ich gerne oder nimmst du die jetzt ich nicht kann ich die haben danke danke haben wir mehr als ein 1er rucksack das ist ja kacke hab schon 3er hier ist ein 2er direkt daneben die macht und 2er junge ist hier viel rauch ey stefan stefan warte 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 ja schieß mich ab bro nee du hast den rauch schon genommen ich wollte dich einfach abknallen und dann selber nehmen oho bist du witzig hi hi schnäbalschlacht hi 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 Wenn du ein Feuerzeug da drin anzuhören, ist das bestimmt gut. Ich will aber noch looten, Lima. Oh, hier sind noch welche. Hallo. Hör auf mich zu erschießen, danke. Hör auf mich zu erschießen! Hör auf mich zu erschießen! Keiner erschießt dich. Er erschießt die Büchse neben dir. Ja, und ich sterbe hier. Danke. Ah! Ah, das der Ding muss sich eh mal einmischen, dieser kleine Dreckige. Vor allem noch einen Header geben, weißt du? Ich hab nur so einen runden Kreis mit einer 2 gesehen. Ich wusste nicht, auf was ich schieße. Ja, ja, und mir direkt Header geben. Ja, sorry, dass ich... Das ist der Puff, dass du Cheats benutzt. Hier, guck mal, guck mal, das hast du mir angetan. Oh, geil, bist du geil. Ich hab dir einen Helm angetan. Oh, nur Half-Life, ja gut, das ist ja... Oh, nur... Deine Monobraue hat das abgefedert. So, hier die mal so wie ganz drauf. Ja, du und deine Monobraue, das ist doch klar. Ich hab ja keine. Die hab ich mir abgezupft. Ja, aber die musst du auch jeden Morgen abzupfen, weil ansonsten siehst du es. Oha, Alter, ja, so ein kalter Typ bin ich auch nicht. Wollen wir weiterfahren? Ich hab ja keinen Dude mehr. Stopp nur noch im Kreis. Ja, das wollen wir da fahren. Jo. Warte mal, Sadie, kannst du noch das Auto ändern? Ja, wenn du da rausgehst. Oh, mei... Oh, das ist ja voll modern, Alter. Maler mit Glasdach. Ja, Mann. Voll schön, schön. So sehen wir auch endlich mal die Drops, weißt du, voll pay to win. Hä, echt so, what the fuck, wir haben einen Vorteil bekommen durch, äh... Wir haben wirklich einen Vorteil bekommen. Wollen, Junge. Ja, ja, da dreht es sich, ne? Seit wann ist das denn so, dass die Knöpfe zum Pierpark, rückwärtsgang, neutral und D, weiß ich nicht wofür das ist. Seit wann ist das dann auf der Mittelkonsole oder so? Siehst du die Knöpfe da? Hä? P, R, N, N, D. Digga, meine Hände sind davor, weil ich das Lenkrad halte, ich seh das nicht so genau. Aber auf der Mittelkonsole, nicht da wo dein Tacho ist, sondern rechts. Also... Mitte. Also nicht unten, sondern da vorne vorne. Ja. Weiß ich nicht, also... Ach na, jetzt seh ich's da, P, R, N, D, ja, ja, schon. Wann ist denn das dort? Ja, das ist, äh... Ich hab doch den nächsten Knopf, Alter. Du könntest nicht machen, das ist ja futuristisch. Naja, hast du schon mal eins von diesen neuen Autos gesehen? Innen drin? Gesehen, ja. Aber von außen. Ja. Mir die Autos von innen anzugucken, kann ich mir nicht leisten. Kostet 50 Euro. Ja, erstmal wenn da so ein Auto an dir auf der Straße vorbeifährt an dir. Direkt so Geld abgezogen. Kostet einfach zu viel. Wenn man so aus Versehen reinguckt, nein, ich kann mir das nicht leisten. Schei. Du hast reingeguckt. Ach, was für eine schöne Zeit, sich zu kurz. Wo es automatisch Quells abgebucht werden, wenn du ein Auto anguckst. Dinger. Schön. A la Credits. Das ist die Währung 2035. Das ist die 0 auf 15 Währung, glaube ich. Überall, oder? Credits. Ja, oder Cyberpunk, so Euro-Dollars. Euro-Dollar? Heißen die so? Ja. Euro-Dollar? A la... Deuronen. Oh! Ja. Deuron. Stefan-Dollar. Ist aber leise das Auto, muss ich sagen. Stefan-Dollar? Also... Man hört es jetzt nicht so sehr. Ist ein bisschen leise. Obwohl der Siemer war auch nicht zu laut. Nee. Ich bin immer los. Habt ihr irgendwie was an Slots möglich noch? Offen? An Geburtsukas? Nee, Stefan. Nee, Slots halte ich doch nicht offen. Hey, Stefan. Ja? Ja? Was denn? Was denn? Ich seh dich nicht. Was denn? Du musst doch mal umgucken. Wo seid ihr denn? Also... Wo ist meine Waffe? Da. Hier sind sechs Waffen. Ich hab echt erwartet, dass ihr mich tötet, aber ist okay. Nein, wir standen doch neben dir. Bist du behindert. Unsere Sicherheit ist wichtig. Warum sollten wir dich denn töten, Alter? Ich weiß ich gar nicht. Mann, 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 ey. Ich hab irgendwie so ein Gefühl aus der Vergangenheit. Vor allem, Stefan ist der Eintigste, der überleben würde in dieser Wildnis. Guck mal, wie der aussieht. Mit weißen Klamotten. Au. Hat jemand Energy? Ja, hier. Äh, ich... Ja. Hat das eigentlich jetzt eine Rüstung oder ein Helm geschadet? Nein, doch schon. Nö, alles so laut. Nee, ich glaub das nicht. Ich weiß gar nicht, ob Fäuste überhaupt irgendwas mit der Rüstung machen. Genau wie Granaten. Ja, stimmt. Ich hör da was. Südosten? Das ist die, äh, Dingens. Oh, ja. Oh, ja. Die Bahn. Die Bahn. Ich hab meine Lausche verbessert, aber ich ping trotzdem noch Kacke. Die Bimmelbahn. Die B. Ja, würde ich sagen, wenn wir mal zurück zum Auto waren, fangen wir nochmal zum nächsten Start rüber. Das muss jetzt auch spannend sein, das kann doch nicht sein. Stell dir vor, ich würde jetzt dieses Video gucken und ich mach dabei meine Hausaufgaben. Es passiert nichts. Oh, da hinten ist ein Fallschirm. 185 gerade gelandet, oben auf dem Berg. Hab ich gesehen, da hinten. Da, da, zu sehen. Nein, die sind weitergefahren. Genau in dem Moment. Die halten aber noch. Ja, da oben sind sie noch. Ach toll, Stefan, geh da weg! Geh da weg, Mann! Warum denn immer vor das Auto laufen, Alter? Weil ich nicht erwartet habe, dass du da durchfährst. Alter, Stefan wird gewoastet. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ja, wo fährst du jetzt hin? Ja, in Sicherheit, dass die nicht im Geheimen platzschießen. Ja, warte noch, dass wir hier mit reinkommen. Die Sicherheit des Autos ist mehr wert, als hier die Menschen. Ja. Dima, hast du das gesehen? Das Auto ist teuer. Hallo? Hast du das verstanden? Die hat locker 100.000 gekostet. Das heißt, wir sind zusammen weniger als 100.000 wert. Locker so 30. Unsere Organe sind mehr wert, Dima. Das ist krass, Mann. Ja, nur auf dem Schwarzmarkt. Der unterschätzt unsere Wert, so krass. Aber nur auf dem Schwarzmarkt. Ja. Ich meine, ich geh meine Leber spenden, dann krieg ich auch nur ein Brötchen oder so. Ja, wenn du spendest, dann for free, ne? Ja, also hä? Ich weiß es nicht. Ich geh spenden und dann will ich aber auch Geld dafür, du. Ich will ja gegen Leistung, das ist keine Spende. Also ich geh auch immer ehrenamtlich arbeiten, aber wenn ich kein Geld kriege, dann hol die Frechheit. Die Pläne auch. Die Wechsel. Du warst ein Sinister. Ey. Welten sind sie? So nicht. Leider sind wir Bäume im Weg. Da kommt was auf uns zu. Das ist echt der Bärmutter. Was ist denn das? Ist doch gerade vor uns, Junge. Komm, ist ein Auto vor uns. Einer ist noch dort. Können wir das Auto nehmen und dann zu dem Baum fahren? Können wir machen. Steffen, warte, ich setz mich neben dich. Markier mal den Baum. Ist markiert. Fahr voll, ich kenne gegen den Baum. Okay, let's go. Bringt zwar gar nichts. Aber sieht cool aus. Der ist tot. Das ist kein Baum. Wo? Von der Seilbahn aus werde ich, glaube ich, geschossen. Von Berg oben. Ist das geparkt? Dann holen wir dich wieder ab. Oder? Mann, ich die... Mann, scheiße. Von Westen, von Westen höre ich, glaube ich. Ich werde mit ner fucking VSS abgeschossen. Ich merke, ich weiß nicht wo. Südwesten. Südwesten. Nicht Südwesten. 305. Digga, der ist ja voll nah dran. Ich habe über ihn geschossen. Oh ey. Mann, wegen dem Call wäre jetzt was gestorben. Dann losse mich weiter, du. Alles auf den Call schieben. Ja, ich dachte, der war Südwesten. Also drehe ich mich am Baum ein bisschen weiter rechts. Aber dadurch war ich mir sichtbar. Du hast ihn gesehen. Und dann drehst du dich trotzdem. Als ich nach rechts gegangen bin. Deswegen. Oh, mein Fuß juckt. Zer die beide. Kratz ihn. Oh, nah dran, nah dran. Ganz close. No fucking way. Ich hier mich? Nein, hä? Oh mein Gott. Ich tick weiter, während ich mich hier belebe. Ja, ich bin tot. Oder? Reicht's noch? Reicht's noch? Oh mein Gott. Aber gerade so, Kollege. Ist das dumm? Ganz nah, ganz nah. Oh mein Gott. Ganz nah. Ich bin schon wieder tot. Oh mein Gott. Und ich brenne, ja. Da hab ich genau getroffen mit dem Scheiß. Hey, wieso brennst du? Ja, weil da Molly unter uns liegt. Ich seh doch nichts. Hier ist alles lila. Wow, ich kick's mitten in die Fresse. Meine Bratpfanne. Was ist das dumm gewesen? Das ist doch dumm gewesen. Warum ist da hinten auf dem Berg jemand mit der VSS und vor uns jemand mit der VSS? Was ist das mit denen? Warum haben die alle eine VSS, Alter? Das ist wohl ein Meter. Weiß ich nicht. Hast du diese Waffe, ne? Man hört gar nicht, woher die kommt. Das ist nur so ein... Wie es einschlägt. Ja, toll. Dankeschön. Damit kann ich auch arbeiten. Gute Sache, ey. Die VSS ist die Riven in PUBG, Alter. Wenn du gut dann mit dir umgehen kannst, ist die unschlagbar. Aber normal Trash. Ja, normal Scheiße. Weil niemand normal so behindert ist im Kopf, dass du halt die spielst. Niemand. Wer ist denn so geistig krank, das zu tun? Genauso wie die Leute, die die Riven spielen. 50%. Jetzt 60% aller Menschen komplett hops genommen. Oder vielleicht nur drei, Leute. Wer spielt den VSS, Alter? Ich glaube, die, die uns gerade gebumst haben damit. Ich bin mir aber unsicher. Ah, stimmt. Ja, natürlich. Nee, nee. Die spielen was ganz anderes, glaube ich. Das war optische Täuschung. Die denken, dass du eine scheiß Waffe warst, beziehungsweise andersrum. Und dann... Ich rede wieder Kacke. Sally, das ist deine Schuld. Das Recht ist meine Schuld. Oh, danke. Willkommen im Club. Nicht andocken. Mann, die man nicht immer andocken. Ach, nicht andocken. Ich kann nicht so nichts dafür, wenn du die Büchse und deine Hose nicht hochziehen kannst. Ja. Dein Arsch ist halt wie das Hinterteil eines Autos. Wenn du da so ein Ding hast, dann docke ich mich da gerne an. Er ist ein Anhänger von dir. Er ist ein Anhänger. Wirklich, ich bin Anhänger. Ich gehöre zu deinem Clown. Okay. Cool. Ich geh mal nach Pein an, ne? Ach, ey. Die machst du cringe, oder? Ja, wirklich. Gib ein Like für diesen Cringe-Scheiß. Aber nur Liken für Cedric, ne? Ja, und das war... Daumen nach unten für Stefan und ein Kommentar für mich. Genau. Alles. Und wann abonniert man? Ja. Das ist eigentlich eher wichtig. Man hat schon, man hat schon... Das ist dann Sönke. Das ist dann Sönke. Das ist dann Sönke. Das ist nicht immer. Achso. Wir abonnieren für Sönke. Leute, in dem Haus ist einer. Buckis, hier ist ja gar kein Eingang. Oh, scheiße. In dem Haus ist einer. Ja, in dem Großen. Ich hab's gesehen. Stefan, nimm die Machete und benutze sie. Ja, ich mach Macheten-Kampf. Oh, getroffen, getroffen, getroffen. Ich hab mal oben Brand gelegt, vielleicht. Es ist gedamaged, es ist gedamaged. Oh, ich hab mal Knade. Ich hab Macheten-Damage gemacht. Ist die im Haus noch drin? Ja, ja, ich komme, ich komme. Auf nach oben. He dead. Hast du ihn schon? Alter, what the fuck? Junge. Der hat nur einen Revolver gefunden. Der hat wohl auch nichts hier drin. Oh man, der. Der arme, die arme Sau. Wir haben nichts gefunden, Alter. Digga, was kann ich auf die Tommy klatschen? Da geht ja gar nichts. Nee, Tommy ist auch shit. Werbung. Vertikaler Handgriff und Schalli-Handfeuerbach. Das war's auch schon. Kennst du den vertikalen Handgriff? Das ist das, was du machst, wenn ich zu dir komme. Das ist jetzt richtig sass an. Aber ich meine, damit hat eigentlich einen Handkantenschlag. Also so, hier, hi. Grüße. Ich weiß nicht. Unser Check, du gibst mir einen Handkantenschlag. Also, die Hand für Heben ist ein Schlag, oder was? Da ist ein Typ. Nein, ich meine... Wo ist da? In dem Haus. Ich hab's markiert. Okay. Oh, hinter uns. Da in dem Haus sind zwei, 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 zwei. Und da oben, glaub ich, war einer. Ja. Ja, da auch. Da unten. Da unten. Neben den Kisten. Geh wir hin pushen? Oder eher nicht so. Guck, warte noch ein bisschen auf den Gang. Oh, fuck. Der ist nach links, der ist nach links weitergelaufen. Get close. Ist ja so klar, dass du aus dem Fenster guckst. Aus diesem Fenster dann. Aua, 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 ja. Ah, sehr geil. Rücken, Deckung gibt es wohl nicht hier. Ich hab keine Granaten, nix. Nein, ich meine, du guckst ihn einfach an. Keine Scheiße. Ich guck ihn einfach an. Ich hatte ihn mit der Uzi da hingeschossen. Hab ihn wieder zurückgesetzt, hab geguckt, ob ich eine Granate haue, dann bin ich wieder hingegangen. Dann war es super. Sag ich, was du drauf hast. Der hat sich angeschlichen eben. Ich hab keine Granaten. What the shit, Alter. Das war der, der sich angeschlichen hat. Naja. Ja. Die mal auf offenem Feld, Alter. Auf offenem Feld. Ich hab mir auch überlegt. Auf offenem Feld, Digga. Mach noch ne Rolle, Alter. Und er hat nicht mal 4th Person an. Und ich hatte recht. Ich hatte recht. In dem Moment guckte. Mach den Jesus. Die Tee-Pose. Mach den Jesus. Wenn du hast recht. Also ihr habt das Gefühl, Chicken Dinner ist aktuell bei mir sehr weit weg. Digga, du hast auch ewig nicht gezockt und du bist jetzt die erste Rolle. Da ist eine Runde drin gewesen. Äh. Ne, zweite. Das ist die zweite. Und? To be fair, die zweite. Ich bin allgemein Herr so im Durchschnitt, ja. Ich kann, ich komm mit den Waffen nicht klar. Ja, so im Durchschnitt von zwei Runden, dass du da kein Chicken hast. Echt scheiße, Alter. Naja. Was aber nicht scheiße ist, diesen Kanal zu abonnieren. Also bis zur nächsten Folge und tut das bitte, ja. Bitte, bitte, bitte. 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 Bitte.